Sehr verehrte Kunden, ich präsentiere Ihnen heute unseren VW Passat Kombi 2,0 TDI, Erstzulassung Dezember 2016, Modell 2017. Wie Sie sehen, ist der Wagen achtfach bereift. Erste Hand, unfallfrei, lückenlos, checkheftgepflegt beim VW-Vertragshändler. Er verfügt über viele Assistenzsysteme, er hat den 2 Liter TDI Motor mit 110 kW, das sind 150 PS, großer Laderaum mit Laderaum, Rollo und Trennnetz, diverse Assistenzsysteme. Dann hat er hinten Sonnenrollos zum Sonnenschutz für die Kinder, 6-Gang-Getriebe, großes Navigationssystem, Multifunktionslenkrad. Sehr ansprechend ausgestattet, in einem absolut einwandfreien Zustand. Keine Beulen, kein Kratzer, einwandfrei. Bei Rückfragen oder Wünschen für eine Probefahrt, bitte einfach anrufen. Vielen Dank.